Hallo zusammen, wir sind vom Wallysofen Openair Komitee und wollen euch Trouble Notes präsentieren. Sie sind im November, am 1. November in der Amboss Rampenade zu treffen. Kommt doch, wenn ihr noch nicht genug gehabt habt. Es ist mega lässig, wir haben eine super Ballband, eine mega coole Nahband. Es ist wirklich mega lässig. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt einen mega schönen 1. August und geniessen es noch weiter. Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.